Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch nur sagen, dass ich ein Mythen-Video machen werde, Leute. Das heißt, schreibt mir mal Mythen in die Kommentare, so viele wie ihr könnt. Ich werde tausend einfach schreibt, tausend Kommentare da rein, was für Mythen und die werde ich dann ausprobieren im Video. Und ja, Grüße gehen raus erstmal an BSFish, DarsenPlayback, SniperBosser, StaveHD, Kiki9, kleiner Diamant, der mir das Profil gemacht hat. Einfach alle sieberen Grüße gehen raus, Leute. Ein paar werde ich auch an Linken, ist aber kein Push. Und ja, Leute, es gibt drei wichtige Sachen. Als erstes, kommt jetzt alle mal in den Club, wir brauchen einen Member. Und ihr müsst aktiv spielen, vor einem Monat. Oh, nee, das ist meine Freundin. Ach so, das stimmt. Also, Leute, ihr kommt in den Club sofort. Kommt da rein, Leute. Wird mich mega freuen. Kommt in die E-Liga-Memi. Alle verlassen, es ist so ehrenlos. Kommt, wir brauchen einen Member. Kommt alle rein, ihr braucht nur 3.000 Trophäen. Und ja, ich wollte euch noch zwei andere Dinge sagen. Leute, ganz viele wissen es schon, aber ich habe einen Disco-Server. Hier ist er. Kommt alle mal rein. Hier. Kommt alle mal in den Disco-Server rein. Ah, jetzt gehe ich da nicht mal aus Versehen drauf. Also ihr könnt hier, da sind die Neulingen, also die reinkommen. Hier sind meine Videos, damit könnt ihr immer Erster sein. Dann seid ihr immer die Ersten. Hier verlinke ich euch gerne. Macht gerne, mache gerne Video, Werbung für euch. Hier spielen wir gerne auch im Stream. Regeln. Und dann können wir zusammen zocken. Ist richtig geil. Also Leute, Link in der Beschreibung. Kommt alle. Und jetzt kommen wir zum Letzten. Viele wissen es schon, aber Leute, ich benutze auch Insta, Leute. Wie oft sage ich, Leute, Video, ach egal. Also Leute, folgt mir jetzt alle mal auf Insta. Ich heiße da el.ias8383 mit Mobs als Profilbild. Illy Gaming, YouTube. Ganz stabil. Also Leute, folgt mir mal alle auf Insta. Letz go. Und schreibt da einen Kommentar. Ab jetzt werde ich alle Grüßen, die mir auf Insta folgen, äh, Hashtag Glocke Aktiv schreiben. Und dann machen wir die Videos für das Liken. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, Coco, Illy Gaming.